So Jungs, jetzt passt mal auf. Hi. 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 Cooler Salat. Ja, der ist echt lecker. Und aus Freiland am Bauch. Und mit Eiswasser gewaschen, frisch auf den Tisch. Ja. Und sonst? Auch alles frisch? Bei mir schon. Und bei dir? Ich muss weg. Unsere Salate. Frische, wie man schmeckt. Mit jedem Blatt. Die ist super. Richtig gut.